Hallo Das zeig ich jetzt nicht Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von der nordfriesischen Marsch im LS19 Multiplayer Meet by Sky Mahlzeit So ich bring hier grad Wiener 1 Ballen von da nach von hier vom Lager in die Halle Oh jetzt will der schon wieder nicht am nächsten passenden Wegpunkt anfangen Das habe ich doch auf der Hof Bergmanns auch oder? Ja, in diesen 31 Minuten Zeitraffer, also es war kein 30 Minuten Zeitraffer für euch, aber vor uns war es eine 30 Minuten Aufnahme, 6 Minuten war es für euch Und ich habe auch wieder so eine Art Chunk, wo noch Weizen angesehen ist Das hatten wir auch erst in der Hof Bergmanns für kurzem Aber du, nicht ich Jaja, das habe immer ich, weil ich der bin, der die Synchronisationsprobleme hat Dann, äh, steig nur bitte in den 1042, äh, 10 wieder auf dem Kurs drauf Jo, mach ich gleich, ich da doch schnell die Ballen ab Tut du da noch mal ein paar Ballen hier rein, ne? Ja, die Pelletalle, ja, komm Steht 6 da Mahlzeit Wiener 1 habe ich die nur mit der Gabel gemacht, ne? Ja Wiener 1 Fast schon perfekt, fast schon professionell Was heißt denn hier, fast? Oh geil, ich habe den Ballen so gegriffen, dass ich ihn nicht sehe Das ist immer am besten Ich kriege dutzende Meldungen, gerade meine komplette Meldungsleiste ist voll Mit Palettierer gestoppt Werde ich im Schnitt dann sehen So ein paar Paletten noch rausgebracht eben Und dann steige ich mal in den 1042 ein Hier muss er rein Ja, du hast auf den ersten Wegpunkt gestellt Ne, ich hatte eigentlich auf den nächsten Wegpunkt gestellt Aber du stand auf den ersten Wegpunkt Ja, ja, wegen der Synchronisation ist das So, ähm Wir wollen auch mal Boah, ey, ist das unordentlich wie das so verschmissen ist, ey Hier, ich gebe gleich den nächsten Warte, mach ich schon mal an Nein, 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 nein Naja, mach erstmal eine hohe Troffe Auf den Ball Dann schmeiß ich das Ding an Oh Oh Ups, wir haben noch mal viel herzlichen Glück Ja, mach in Ruhe Niii Habe mein Dreck hier ausgemacht Ich bin auch richtig böse, dass wir machen Ich hätte dir gesagt Ich hätte dir gesagt Ich hätte dir, ich wetten Wetten, der wäre einfach in der Luft Wetten, der wäre dann eingeglitcht So witten in der Luft Das ist geil, jetzt mach ich nicht Ja, das ist so witzig, wie der so hoch fällt Der Hof liegt der Ball Ja, das ist sehr witzig, äh Äh, darf man nicht mal lachen hier Also wirklich W- helfe, was machst du? Versuche irgendwie, dass hier das Wasser mal wieder reingedillt wird Dieser, äh, 91 Liter da Können sie den Wasserfall einfach hier heranstellen? Nee, ich krieg keiner kein Wasser auffüllen Was ist jetzt mal? Nee Mit mir lass, hab ich auch eingefüllt, aber kein Wasser geht nicht Probier's jetzt nochmal Ah, jetzt fülle, als das Wasser aufgefüllt Jo Warte, warte, warte Warte Kann schon die Warte, stell die nächste Wasserplatte hin Kann ich so weiter auffüllen Jo Danke schön Ist voll Ach ja Der wird eingesaugt Hallo Ja, ich stehe jetzt, mach mal aus Also der Einsaugradius ist noch ein bissl groß Nein, noch nicht Warum was? Ich wollte noch anschieben Ja, pass, pass, pass Ja, pass, pass, pass Äh So, ähm Ich würde sagen, dass es mal an der Zeit ist, wo wir mal ganz ein Häufel jetzt auch verkaufen Ich meine, wozu lagern wir die eigentlich ein? Das ist eine gute Frage Wir könnten vielleicht ein paar für die Tiere nehmen Äh, wie voll ist denn das Lager? Wie voll ist das Lager hier eigentlich? Das ist ja irgendwie Komplett, ich stehe an 30.000 Paletten gefühlt drin Naja, genau Für Notfälle, weißt du Irgendwie verstehe ich mich manchmal nicht, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und lösche es dann einfach wieder Weißt du, weißt du, so manche Dinge Die hast du ja nun mal gemacht und dann dachtest du dir, oh, total cool da wahrscheinlich Aber jetzt denkst du dir einfach nur so, hä? Warum? So, zwei Paletten erzeugt Dreckiger verkaufen, weil gibt dir auch nicht Knete dafür, ne? Wird nie laut platziert, damit mit wir abwarten können, wenn der Preis gut ist Jo, aber man, 5000 pro Palette geht wohl nicht Ich sehe die Meldung nicht, weil die ganze da steht, Palettira gestoppt Wie viel nehmen wir denn ein? Wo war die Palette? 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 Für deine gibt es vier Sechser Ah ja, ist guter Preis Wird dann nochmal zwei Paletten ausgehauen Dann kann ich aber nur zwei Paletten auf einmal erzeugen Ich habe die ganze Zeit Palettira gestoppt Warum? Bist du bei einem nach, oder? Ja, aber irgendwie back der hier Der back da hier Naja Irgendwie ließ schon mal besser mit den Dingern Naja, ein Sieg läuft es eigentlich immer ganz gut Ja, aber irgendwie ist ja auch keine Dauerlöser Sondern die 30.000 Meldung war da schön, dass ein Palettira stoppt, wo auch läuft So, ja Ist es schon mal besser gelaufen Ich verkaufte der Weile schön die Paletten 100.000 Ambar Weil die zwei von den kleinen Hexern reichen noch zu, oder? Tobi? Weiß ich nicht Also ich will wenn dann große Nö Die, die, die ganz großen, die haben glaube ich drei Meter mehr kosten, aber schweine viel mehr Die von Krone, die Big X Kannst dir mal die beiden anschauen Der eine ist Standard, der andere Mod, den wir haben Kannst du mal im Menü nachschauen Dann schaue ich meinen Katalog Ähm Der Kleine hat sechs Meter, der große hat neun Meter So der Rotzlmesch Weil ich würde schon Big X Wir haben schon dir Wir haben schon dir Häcksler? Ja, haben wir Also wir haben den Krone Big X 580 Das ist der Kleine Das ist der Kleine Das ist der Kleine Und den Krone Big X 1.180 Das ist der Große Das ist der Große 903 Das ist dann, ähm Feldhexler Schneidwerke Na guck mal, weil der Der 1.185 kostet 500.000 Und der Kleine kostet Keine 300.000 Hatten wir wirklich Haben wir wirklich so viele Feldhexler Schneidwerke Wie viel sind denn das? Von dir alleine 100 Stück Gefühlt Okay Das sind die ganzen Mods Dinger, ne? Ja, ja Der hier Easy Collect 602 Der hat 6 Meter Der, ähm Easy Collect 602 ist der für den Kleinen 903 hat neun Meter Na das ist der für den Großen, ne? Die Frage ist, was für eine Arbeitsgeschwindigkeit haben die? Der Große hat Steht nicht da Und der Kleine hat Steht nicht da Na, also 40 km Die Fahrer können sie noch mal fahren Gleichzeitig, ja Ich glaub, die haben Ich glaub, die haben beide 10.15 km haben Die Frage ist aber Und was sind mit denen Der Große hat 10 Und der Kleine hat 10 Also in sich sind dann einfach 3 Meter weniger Okay Und dann wird zwei von den Kleinen Aber dann wird das ne Aber dann wird das ne Aber dann wollen wir halt wirklich ne Million Aber für den Kleinen Sonst heißt es aber über 200.000 mehr Ja, okay, dann nehmen wir Dann nehmen wir praktisch zwei kleine Oder wenn es reicht, drei kleine Ähm, ne, ich würd zwei kleine nehmen Es sollte reichen Was mit den John Deere Häckslern Was haben die Sinn? Für ne Breite? Also das ist zweimal derselbe Naja, einmal ist die Pro irgendwie, was weiß ich Irgendwie noch ne Pro-Bass in keiner Ahnung Die Pro-Bass hat einen 700 Liter Tank noch drin Das der einzige Unterschied, das ist Wie viel kostet mehr? Die Die Kost, ne die Kosten bei gleich viel Bei der 361.000 Na dann nehmen wir doch die welche Ne oder die oder? Wo er war da, ich schau mal ganz kurz nach Feldexer Schneidwerke Die dann Das sind wie viele verschiedene Ja, ich will schon nicht seh' gerade Äh, von John Deere Äh, der hätte 7,5 Meter Äh, da sind doch eins mit 9 Metern Gibt's auch eins Die passen aber, das ist aber egal Die passen beide an die 9.000 Also das mit 9 Metern, das kostet Das Schneidwerk kostet 120.000 120.000 für ein Schneidwerk Ja Achso, ey Und das, äh, mit, äh, 7,5 Metern Für den John Deere kostet 100.000 Und das mit 6 Und das mit 9 Und das mit 9 Und das mit 9 Und das mit 9 Und das mit 6 Metern Das kostet 80.000 Von John Deere Und das mit 4,5 Metern Und das mit 9 Das heißt, davon werden wir mit 2 Johnny Pro Mit, ähm Ich würd 7,5 Metern nehmen Ne, ich würd 7,5 Metern nehmen Die reichen doch 7,5 Metern Wir können ja gucken vom Geld her Ja, okay, also wir schauen, ob das denn für 7 Für welche Schneidwerk ist ja noch reicht Das heißt, wir bräuchten allein schon mal Ähm Ja, über 720.000 bräuchten wir allein für die 2 Hexer Shit Eine kostet 360.000, ja Ne, ne, ich bin grad umgekippt Also die Walse runtergekippt Ein Hexer kostet ja 360.000 Das heißt, wir bräuchten 720.000 allein für die Hexer Solche ausschalten derweile Ne, ne Oder klappt das? Klappt Gut, die Frage ist Also wir bräuchten jetzt noch Sechs, siebenhunderttausend zusätzlich auf unser Konto Das wär ganz nett Wie viel kriegen wir denn hier so für die Für die Pellet-Teile kriegen wir knapp 200.000 Na, okay Für die Prämos kriegen wir 130.000 Für den Ballenauflöser noch 15.000 Na, für die Pellets, die wir produzieren, kriegen wir auch noch ein bisschen was Da sollte es sich doch ausgehen, oder? Na, kann man, müssen wir so ungefähr 500.000 oder so, weiß nicht Naja, wenn wir jetzt hier Pellets wie verrückt produzieren, sollte das eigentlich gehen Hilfe, hier wird schon wieder ein Ballen magisch eingezogen Auch nee Der wird zum Traktor hingezogen Na toll Hä, ich hab jetzt zwischen den Folgen grad mal überlegt irgendwas, aber ich weiß grad nicht mehr was Ich kann aber auch nicht mehr aufnehmen den Ballen, der liegt jetzt auf dem Boden fest und eingezogen Okay Ich leg jetzt auch noch schnell einen anderen Ballen drauf Du hast das überlegt, weiß doch nicht mehr was Genau Okay, das Heu Pellet Lager ist leer Wir können auch noch verkaufen Okay Ja, dann machen wir das Strohpellet Lager auch noch leer Erzeugt die Paletten und ich schmeiße runter Einfach nur, so, wieder erzeugen Und ich schmeiße runter die beiden Wollen wir mal, jetzt können wir uns die Hotkeys angeschauen So Okay Moment, ich sag immer wenn Nee, ich seh's ja Ich seh's Okay Greifen So tun vielleicht auch So kannst Deine Gut Die letzte Palette noch Gut Ach, das war's schon Das waren alle Truppellets wir noch haben Aber hat man auch einiges wieder eingeliefert Na Gott Na ja Heu hatten wir mehr Ja, trotzdem Aber die Strohpellet bringt halt auch nochmal 300.000 pro Stück 300.000 300.000 Äh, ne 303.000 Hahahaha Null Euro Lohnzahlung, ich werd verrückt Wurde bei mir nicht angezeigt Wurde bei mir nicht angezeigt Verrückt Und 172 Euro Betriebskosten Der magische Wallen ist gestoppt Sehr gut Und der Preis hat um einen Euro gestiegen Hohenturik 300, 97.000 300 Äh, er stet 300.000 Spaß für den Bestock Ich stege hatten erst 300 Taut 3.000 6.093 3.700 3.98 Bekommen Die Strohpellets dir liebte es hochgegangen Wern wir heute auch geben Aber heute ist noch mehr Das ist sowieso Füttern musst du öfter als Strohwechseln ich versuche es mal zusammenzuklappen, mal sehen, ob sich der Bein dann loslöst wenn ich mal kurz zusammenklappe hier, der Bein hier ne, ich kann immer noch nicht nehmen der steht immer noch fest aber dann komme ich mal ganz kurz ab so, jetzt muss doch, weg geht's der Bein hier hä, der packt immer noch hier fest, der Bein, obwohl ich es sogar abgekoppelt habe keine Ahnung dann sollte ich halt eben da weiterbacken warte mal, ich probiere es auch nochmal du kannst ihn ja auflösen mit deinem Supertaste ja, wow, dann habe ich den verpackten aufgelösten Bein rumliegen das ist dann glaube ich auch nicht so ganz, dass ich das von Wille, oder? nein na, nicht anmachen, ne, ich muss nur noch drauflegen jetzt kann ich nicht mehr nehmen, weil ich schon draufgelegt habe, den Bein ich muss nur hoffen, dass er sich richtig einzieht naja, okay, mach weiter jo, kannst weitermachen aber doch, die Beinwellen sind auf jeden Fall gerade eingezogen das vorher nur die seines Spooky-Ballen, weißt du? naja, keine Ahnung, der hier durch den IQ-Baller durchgeht durch die Mutter weil sie mal hier drüben an der Wand ist das ist so, ob er da ankommt, oder ob er, sobald er, sobald er theoretisch aufgelöst worden wäre das wäre ja jetzt, das wäre ja jetzt ja schon er wäre ja nicht komplett aufgelöst hier wird er, ja, noch nicht komplett, aber hier wird er aufgelöst werden in der Stelle wo die Motorhaube sich befindet äh, gehst du mal die Sehmaschine umfüllen? ja, mach ich du müsstest nur den Fahrer dann wieder reinsetzen, weil, bei mir klappt das ja immer so gut mhm, mal gucken oder? ne, jetzt wird der nächste passende Weg kommen also, jetzt sollte es eigentlich funktionieren ich darf nur nichts im Menü ändern du hast schon eingestellt, dass mit nächster passender Weg kommen jetzt sollte es ja klappen na gut, schauen wir mal schauschen arbeit im Akkord, ey Was eine schöne Folge so was zu tun, auf der Hofwerkmann, genau, auf der NFM weitermal, dann mach ich doch gleich mal ein schönes Samml Tobi, ich glaube, wir haben in der letzten Zeit zu für Hofwerkmann aufgenommen kann durchaus sein ja wir haben auch die zwei ballen presse hier drin ich brauche ich zwei ballen pressen die fragen darf weil das eine rundballen presse ist für den hoch für kleine stellen und das andere ist eine ballen presse weil ein vorderballen presse da diese fans war dabei genau das andere war diese krone rundballen press aus dem dlc da hatten wir auch mal ganz am anfang das projekt haben wir auch mal die um gerade beim präsentieren dieser 3er ablage weißt du ja ja genau er hat euch verkauft na genau weil es aufgefallen ist wir bräuchten doch lieber rundballen vor dem russ beim brotter geholt und jetzt braucht man wieder quad arbeiten sie heute neue quader beim presse geholt weil ich nicht funktioniert mit und war ein naja so um ich war aber eben brauchten ich glaube ich habe die pellet lagern naja macht das ja nie kommen die bringe zweifelten karl aus er käme die kein geld bringen wird er das geht uns weiter an jetzt kommen bei allen es kommt ein bisschen doof dass du vorher gedüngt das Tori war jetzt wird was wenn die Laatmaschine Dünber auf ob dafür dass jetzt Dünnstufe nicht wirklich hoch geht hihihi aber gut wir hatten das Geld die ich kann die Stärke aufnehmen jetzt natürlich Tobi oder dann würden sich die Leute über die zufüllen Trakt im Boden genau wegen sowas was sie nicht einigen kann was man jetzt und ob er sich in so gut sie hat mir einfach den Ball aus der Hand genommen obwohl ich den nur halb aufs Band gelegt habe das ist schon etwas problematisch die Hühner haben schon gekleckert, hier liegen schon drei Häufchen Weizen noch im Boden du hast auch ein Häufchen gemacht oder wie? gut nehmen wir einen alten Trick wir hauen mit einem Ball in den anderen Ballen so passt besser sobald der Ball ist echt nicht mehr zu retten wir könnten sie den anderen Ball mit der Ball mit tun mal probieren hihihi nein hat nicht geklappt hihihi ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr ich würde ich mal ein Chelescopla setzen und noch ein paar Beine zu geben oh nein jetzt wird es gruselig ich kann Chelescopla erfahren hast du Führerschein? äh hast du ein? ne ich kann es wenigstens ne ich auch weil sie für beide schon erfolgreich reingefahren habe oder? hat leider keiner gesehen so was gibt es auch noch immer alles mit aufnehmen oder wie? so Videobeweis weißt du? ja ja ich krieg die ganze Zeit diese Meldung Palettira gestoppt, Palettira gestoppt, Palettira gestoppt, Palettira gestoppt, Palettira gestoppt wenn ich jetzt einfach mal hier die Folge ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal ne tschüss tschüss